Moin auf meinem Kanal und zu einem weiteren Video einer Nachlese, einer ersten Nachlese zum Spiel unseres SVW gegen Wolfsburg. Ja, was soll man mit dieser 0 zu 2 Niederlage anfangen? Ganz ehrlich, es gibt ja die Stimmen, die sagen, wenn Nick Woltemate getroffen hätte, dann wäre alles anders gelaufen. Oder wenn Anthony Jung sich nicht die rote Karte gezogen hätte, dann wäre auch alles anders gelaufen. Ja, und leider Gottes gibt es dazu wenig zu sagen. Das kann natürlich alles richtig sein. Und das ist dann auch der Grund, warum meines Erachtens sich auch in den nächsten Wochen bei Werder nichts Entscheidendes verändern wird. Und ganz im Gegenteil, ein Clemens Fritz hat zum Beispiel verlauten lassen auf der Seite unseres SVW. Ich habe aber vollstes Vertrauen in unsere Mannschaft und das Trainerteam, dass wir uns da gemeinsam rausziehen. Das bedeutet ja im Klartext, dass Clemens Fritz die Arbeit von Ole Werner gut findet und in tausend Jahren nicht auf die Idee kommen wird, Ole Werners Arbeit in irgendeiner Form in Frage zu stellen. Und das ist ja auch ganz klar. Da schreibt dann halt die Deichstube, der etwas andere Unterschiedsspieler, nächster Tiefschlag nach Fehlpassserie, Cater hilft dem Gegner momentan mehr als Werder. Da sagt Marco Friedl, wir gehen nicht in Führung und durch eine dumme Aktion bekommen wir die rote Karte und dann das Tor. Das darf uns nicht passieren. Mein gut, wie oft habe ich das schon gehört, das darf uns nicht passieren. Es passiert aber und für meinen Geschmack, liebe Leute, liebe Werder-Fangemeinde, für meinen Geschmack ist symptomatisch, was Werder gegen Wolfsburg mit den Ecken veranstaltet hat. Das kannst du dir in tausend Jahren nicht ausdenken. Scheinbar hat man irgendwie gemerkt, dass man ein Problem mit Ecken hat. Ich meine, gut, wir reden da in der Werder-Gemeinde ja schon seit Wochen drüber oder fast schon seit Monaten, dass die Freistöße und auch die Ecken von Marvin Duxch sowas von schlecht sind. Und ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht zur Offensiv- und Defensivstärke, wenn es darum geht, mit Ecken und Freistößen umzugehen. Ich verlinke das oben nochmal. Wer es noch nicht gesehen hat, möge es sich bitte anschauen. Ich finde, es ist sehr aufschlussreich. Dann kommt man auf die Idee und irgendwo ist dann auch zu lesen, dass man das ja mit den Ecken ganz gut gemacht hat. Und da spielt man die kurz raus und dann versucht ein Veljkovic oder auch ein Anthony Jung den Ball irgendwie in die Mitte zu bringen. Das geht alles voll in die Hose. Also liebe Leute, für mich ist der Umgang mit der Standardproblematik, insbesondere im Offensivbereich, symptomatisch für die aktuelle Situation unseres SVW. Das kann es doch nicht sein. Liebe Leute, wir reden hier über einen Verein, der erste Bundesliga spielt. Und man kriegt es über Monate nicht hin, über Monate über Ecken und Freistöße mehr Torgefahr zu erzielen und auch das ein oder andere Tor zu schießen. Ich glaube, wir haben Marvin Duxch hat einen Freistoß direkt verwandelt und Niklas Stark hat nach einer Ecke einen Kopfball eingenetzt. Das war es dann aber auch, liebe Leute. Und ich verstehe das nicht. Seit Neuestem bekommen wir regelmäßig mindestens ein Gegentor nach einer Ecke. Und also wer jetzt nicht bereit ist, auch mal sich den ein oder anderen Gedanken über die Arbeit von Ole Werner zu machen, der ist für meinen Geschmack, ja, wie formuliere ich das vorsichtig, nicht bereit, die Realitäten auch nur ansatzweise mal ins Auge zu fassen. Das geht ja damit los, dass mir kein Spieler einfällt, der in den letzten Monaten besser geworden ist. Romano Schmid vielleicht in Ansätzen, aber sonst, liebe Leute, mal ganz ehrlich, ja, also was macht denn Ole Werner? Ich muss leider, muss leider drauf rumreiten. Ich muss es wieder mal ansprechen. Nick Woltemate macht ein wirklich gutes Spiel gegen die Bayern. Und was kassiert er dafür, dass er im nächsten Spiel auf der Bank Platz nehmen darf? Ja, Nabi Keita. Nabi Keita hat eine schwierige Leidensgeschichte hinter sich. Und im Vorfeld des Spiels gegen Wolfsburg muss er sich dann mehr oder weniger anhören, dass ein Trainer ihn nicht für Bundesliga traurig hält. Und dann bringt er ihn, obwohl er ja gar nicht Bundesliga spielen kann, bringt er ihn dennoch gegen Wolfsburg. Und alle wundern sich dann, also ich nicht, aber der ein oder andere, dass der nicht auf der Höhe seiner Leistungsfähigkeit ist. Mal abgesehen davon, dass jeder, der in irgendeiner Form Leistungssport betrieben hat, also Mannschaftssport, Handball, Fußball, Basketball, von mir aus auf Volleyball, der weiß, dass man sich die Fitness, die man für so ein Spiel braucht, für 90 Minuten, nur in einem Spiel holen kann und nicht im Training. So, und was macht die Deichstube? Die Deichstube reitet wieder drauf rum. Ja, reitet wieder drauf rum. Kritisiert hier einen Navicator ohne Ende. So ein Marvin Duxch mit keinem Wort erwähnt. Ich weiß nicht, was das soll. Ich finde das total zum Kotzen, ganz ehrlich. Geht für mich überhaupt nicht. Ich wiederhole mich, ich weiß, aber es ist für mich unterste Schublade, was die Deichstube da fabriziert. Bloß nicht in irgendeiner Form mal ein oder zwei Wörter über den Trainer verlieren. Das könnte ja irgendwie in irgendeiner Form schädlich sein. Auf welche Art und Weise, weiß ich natürlich nicht. Aber echt, liebe Leute, es geht für mich überhaupt nicht. Und ja, Clemens Fritz hat es gesagt, er vertraut dem Trainer. Also wird es in den nächsten Tagen und nächsten Wochen mit ziemlicher Sicherheit keine Diskussion über den Trainer geben. Und ich finde schon, dass das allerhöchste Eisenbahn ist. Ich habe schon vor Wochen gesagt, dass die Spiele gegen Mainz und Köln die sechs Punkte, die da eingeholt worden sind, eingespielt. Mit viel Glück eingespielt worden sind. So. Und was macht der SV Werder, was macht ein Ole Werner, was macht ein Clemens Fritz? Sie reden da schön, dass sie in 35 Minuten kein Gegentor kassiert haben. Unterbrechung in eigener Sache. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, ist das Produzieren von Videos mit einem gewissen zeitlichen Aufwand verbunden. Wenn du meine Arbeit mit einem kleinen monatlichen Beitrag unterstützen möchtest, kannst du das über meine Steady-Seite tun. Ich verlinke die Seite in der Videobeschreibung. Und ich bin keiner, der vorschnell irgendjemand, irgendeine Einzelperson in die Verantwortung nimmt. Ole Werner hat zu verantworten, dass Werder inzwischen hinten nicht mehr stabil steht, nicht auf der Höhe der Zeit ist, den nötigen Biss vermissen lässt, keine Spielidee hat, vor der Box rumsteht und nicht weiß, was mache ich denn jetzt, was soll ich denn jetzt mit ihrem Ball anfangen? Die brauchen gut 30 Minuten und die Chance von Nick Voldemar ist nur entstanden, weil Wolfsburg irgendwie Mist gebaut hat in der Abwehr. Also Werder ist nicht in der Lage, aus dem Spiel heraus sich selbst Torchancen zu erspielen. Das muss man sich mal überlegen. Aber der ein oder andere in der Werder-Gemeinde hat das schon moniert, hat das schon immer wieder mal gesagt, dass Ole Werner die Mannschaft nicht weiterentwickelt. Da ist Stillstand für meinen Geschmack, ist Stillstand spätestens oder ja spätestens seit der Rückrunde in der letzten Saison. Da hat Werder auch nichts mehr auf die Reihe gekriegt und also wir kommen uns doch irgendwie veralbert vor, oder? Als Werder-Fan. Ich meine, das ist ein Bundesliga-Verein. Er wird geführt wie eine Kreisliga-Mannschaft, ganz ehrlich. Ja, also ich bin echt voller Sorge, weil es gibt keine Anzeichen dafür, dass bei Werder sich irgendwas bezogen auf die Arbeit von Ole Werner verändern wird. Der wird seinen Stiefel so weiterfahren. Und ein Skelly Alvero hat natürlich auf der 6 auch nicht überzeugt. Wie soll er auch? Navigator ist nach wie vor natürlich nicht fit. Ja, alle Spieler, die nur ab und an mal, ich meine die meisten Ergänzungsspieler, die haben ja noch nie ein Spiel komplett durchgespielt. Nick Woltemar, der wurde glaube ich auch wieder ausgewechselt. So, also wie sollen die Spieler denn so fit sein, körperlich auf der Höhe sein, wenn sie nie 90 Minuten durchspielen müssen oder dürfen? Liebe Leute, schreibt mir das in die Kommentare. Wie soll das funktionieren? Navigator spielt 30 Minuten. Ja, natürlich ist der nicht fit. Ist doch wohl ganz logisch. Ja, liebe Leute, schreibt mir in die Kommentare. Also das ist mein Eindruck, dass sich bei Werder nichts tun wird hinsichtlich Arbeit von Ole Werner. Clemens Fritz steht voll hinter ihm. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das bewertet. Schreibt mich über ein Abo und einen Daumen hoch. Und dann bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss.